Ein Dieb wohnt in Frankfort. Der Dieb sieht einen Bank. Ein Mädchen in der Bankstreet laut. Ich antworte ein Aufruf an ein Bank Boroburg. Das Mädchen ist intelligent. Sie macht ein Video vom Dieb. Er sieht das Video. Er geht in die Bank und nimmt 5 Millionen Euro. Der Polizist geht auf den Fußweg. Das ist ein Schmerz. Jan! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018